Maskerade, setz da nach außen und lasst die maskarelles Spiegelbild auf. Das Volk wird sich erheben. Bringen wir es hinter uns. Ja? Jetzt können wir die Maskerade einsetzen. Ach, wir sind immer der Typ. Erstkontakt, sprechen mit Wandtier auf der großen Promenade. Oh Gott, ein riesen Umweg. Oh, Mimitswein. Das ist euer Kostüm, gefällt mir schon sehr gut. Wer ist da? Wer ist da? Wer ist da schon alles Dämonen versorgt? Wir haben schon die Patch-Auswirkung, obwohl wir noch gar nicht so weit gequestet haben. Ja, hier kämpfen sogar die Blutelfen schon. Achso. Hier ist... Achso, unter uns ist der Teleporter. Ich geh mal hinten schnell zum Rare. Kommen wir mal mit. Wer ist da? Eine Täuschung. Was verbergt ihr? Ob das anstatt Astraliten, Autisten gelesen? Autisten wäre immer wach. Ich glaube, sie möchte uns mit ihrem Sabbat töten. Der ist Monk. Wer ist monk? Das ist mein Pukup shifting Roy. Ich glaube, ich möchte Markenש Rei имеieren. Ich brauche ein Ziel. Nur im Kampf. I don't like this. Ich würde gerne den Kampf verlassen. Geh mal ein Stück weg. Ich überlege gerade, wie man da unten nochmal reinkam. Ich gucke mal kurz. Wer ist da? Wer ist da? Ja, hier ist. Haben Sie gesehen, wo ich reingegangen bin? Ich glaube ja. Ich glaube das war schon falsch. Jo. Genau anders lang. Ist ganz schön kacke außer jetzt elf. Und du erst. Ich war vorher schon einer, du Lappen. Leckt mich doch alle. Oh Gott. Ich bin aus Erreichbarkeit. Ich bin aus Erreichbarkeit. Hast du gehört den Teleporter? Ja. Irgendetwas stimmt hier nicht. Du Arsch hast mich hinterhanden lassen. Danke, Gängchen. Teleporter des Sanktums der Ordnung bereit. Reichert den telemannischen Signalgeber mit Mann an. Gesagt, getan. So, jetzt können wir auch mal mit Vantir reden. Wer ist da? Irgendetwas stimmt hier nicht. Ach Gott. Komm, Trollgriff greift sie mich. Wettgeil. Arsch. Ich hab Sandra jetzt Glücksbringer gefunden. Man konnte damit irgendwas machen. Äh, ich glaub, das ist mein Hidden Artifact Skin. Ich bin grad nicht sicher. Wie kann ich helfen? Als ihr euch nähert, unterbricht Vantir seine Unterhaltung abhubt und betrachtet euch misst vor euch. Anaris, was wollt ihr denn? Gibt es keine Dämonen mehr, bei denen ihr euch noch einsprechen müsst? Anaris möchte, dass ihr sie bezüglich einer Ladung Dämmerlilienknollen aufsuchen müsst. Passt auf euch auf. Dämmerlilienknollen? Hm, verstehe. Bitte entschuldigt mich. Ich muss mich gleich darum kümmern. Schön auch, sein Gesprächspartner lebt schon lange nicht mehr. Ich muss übrigens mal was nachgucken. Da hab ich mich vorhin schon gefragt, wie Valera wohl in WoW klingt. Oh. Schön, dass... Achso, das ist ein Torbogen. Blutelfen? Nein. Da steht Lea drin. Wo sind die Dalaran-Elfen? Seid ihr das? Valera? Hallo? Schlecht ihr sie hier irgendwo rum? Ach, ich hab Valera verwechselt. Ne, die müsste hier auch rumstehen. Denn wahrscheinlich, ja, bei den Blutelfen, ne? Ich hab Valera gerade mit Verresa verwechselt. Lea drin steht da auch hier rum. Kommas, den kenn ich nicht. Die soll angeblich hier rumstehen. Mit 1.0.5. Äh, 1.0.5, richtig. Äh, mit dem aktuellen Patch. Sie meinst fünf. Aber wenn ich hier drüben gesucht hab, das war Verresa und die hab ich noch nicht gewonnen. Ja, steht die nicht rum. Das war schon wichtig. Ich hab nicht letztens noch bei WoW-Head geguckt. Der Steinzi steht in Surah mal rum. Bist du ja wohl selbst zu cool, um den Teleporter zu benutzen, ne? Mhm. Wie muss ich denn jetzt reden? Da löst er bestimmt. Erstkontakt. Ach. Hier. Hier. Christmeth. Garne Zwiesprache. Net Therion mit 300 Uhr. Mann, oh Gott. Ist das euer Ernst? Ihr gebt euch mit dieser... Wie viel hab ich denn? Wir müssen den Angriff auf Surah mal platzieren. Wo ich hier noch ein bisschen? Genau das tu ich gerade. 150. Na, dein Glück. Der Nachtbrunnen ruft mich. 10 Ein-Einnerung. Hälfte Talisra, die Arcane zu spüren, mit Therion abzuschließen. So stark. Fangen wir an. Kommt, Therion. Na, Talha, Vas, Manali. Ich spüre seine Erinnerung. Am Tag seiner Verbandung. Verband diese Erinnerung, damit wir weiter warten können. Dieser Hunger, diese Furcht. Ich habe es auch gespürt. Jetzt weiter. Alana, Valas. Diese Verwirrung. Dieser Zorn. Ich verliere die Kontrolle. Jetzt habe ich gerade wieder rausgehört, dass Skylar White ist. Haltet sie auf. Bitte. Haltet sie auf. Oh, nur dieses Hysterische von dir. Da hört man es dann sofort. Ja. Oh, was soll das? Wenn ich so spreche. Jetzt wird sie gekotzt. Keine Explosion. Ihr habt etwas gefunden, nicht wahr? Liebe, Harry. Liebe. Das ist etwas, das euch Frieden schenkte. Uh. Einen Frieden, nach dem wir verzweifelt suchen. Talisra, alles in Ordnung? Mir. Geht es gut. Im Mondschatten gehüllt. Und das Mondschleier-Sanktum. Okay. Absalon war der Schmied, ne? Die Hoffnung fest und klammert. Überbringt den Brief Absalons Frau und Noressa. Oh Gott. No time for romance shit. Bitch. No time for romance shit. Dann werde ich wieder ein bisschen Mana sammeln. Ululu! Nee, sollte ich auch nicht machen mit meiner Stimme. Ganz dumme Idee. Absolut lieb! Oh Gott, meine Stimme, Alter. Ich war mir so sicher, dass er tot wäre. Nö. Erstmal lesen. Erstmal Karte lesen. Oh, Absalon. Ich danke euch, ich werde sein Wort meinem Herzen bleiben. Weisheit für Elisander. Warte. Gut. Also... Ach, das ist das Mundschleer-Sanktum, okay. Dann geh mal da rein. Ich bin. Ich bin.